Guck mal hier, ein Vollfett-Spinnenkokon oder Spinnnest oder was das hier sein soll. Der ist voll fett. Das ist aber richtig stabil, ey. Das ist aber ein richtig stabiler Netz hier. Das gehört bestimmt in so eine richtige Vollfett-Spinne, die so richtig verfettigt und fett ist. Ich bin ein Schmierfilm. Ich habe vorhin richtig viel geschwitzt und ich habe das alles nass geschwitzt bei mir. Deswegen bin ich so ein richtiger Schmierfett mit Schmierfilm drauf. Und da drüben, da oben, da ist eine Vollfett-Bank. Da werden wir uns gleich draufsetzen. So, das hier ist diese Vollfett-Bank. Und da werden wir jetzt erst mal eine Runde Pause machen. Ja. Hier. Wir werden diese Sticks teilen. Oh, geil. Hier. Oh, danke schön. Und du. Ja, 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 ja. So, Tu. Wir haben zwei Riegel durch drei geteilt. Diese Reise war grandios. Vielen Dank, geliebter Geist. Ja, danke. Vielen Dank, geliebter Naturin. Es war mir eine Ehre mit euch. Diesen, ihr könnt gerne rüberfilmen, diesen Ausblick jetzt hier auf diesem Twix genießen zu dürfen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke, buddy. Tschüss, regelfarbene Vollfett-Bank.